Kann ein Mensch von politisch links nach politisch rechts wandern? Kann ein Antideutscher zum Patrioten werden? Und wenn ja, ist er dann überhaupt glaubwürdig? Ich denke, mit diesem Thema kann man mit niemandem besser sprechen und mit niemandem besser diskutieren als mit Jürgen Elsässer. Und mit genau diesem sprechen wir heute. Jürgen Elsässer, herzlich willkommen. Hallo. Jürgen, wir haben uns aufs Du geeinigt. Jawohl. Und ich denke, das Thema ist eins, was viele interessiert, wo auch schon viele drüber gesprochen haben. Wir wollten schon lange mal miteinander reden, uns treffen, habe ich gesagt, lass uns gleich mal dazu ein Interview führen. Und gleich die erste Frage an dich. Im Prinzip, es wirkt für viele unglaubwürdig, oder nicht für viele, aber einige fragen sich schon, wie kann jemand, der früher Aussagen getroffen hat, wie mit Baseballschlägern auf Rechte reagieren, auf rechte Positionen, der gegen die Familie war, der antideutsch war, der mit Jutta Dittford vor Plakaten herlief, die Deutschland, sag mal, nicht das Beste wünschten, heute zu einem Herausgeber gewünscht sein, zu einem Chefredakteur von einer Zeitung, die im Prinzip sehr stark patriotisch ist, die sehr stark auch auf traditionelle Werte, Familienwerte setzt und dann dabei trotzdem glaubwürdig sein. Wie konnte dieser Weg passieren? Wie konnte dir das begegnen? Ich meine, man sagt ja, das Sprichwort lautet, wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz. Wer mit 40 noch links ist, hat keinen Verstand. Also Leute werden klüger im Laufe ihres Lebens. Und ich bin ja nicht der Erste, der diesen Weg gegangen ist. Wir haben ja auch den berühmten Horst Mahler, der RAF-Anwalt war und nachher bei der NPD und dann noch extremer, mit dem ich mich allerdings nur im Groben vergleichen will, nicht im Detail, denn er vertritt Dinge, die ich niemals unterstützen würde. Oder wir haben auch bei der NSDAP einige Leute, die früher bei der KPD waren, vor allem an der Basis und so weiter. Also es ist nicht ganz ungewöhnlich, was mit mir passiert ist. Trotzdem bin ich für die Nachfrage dankbar, denn ich werde immer danach gefragt und jetzt kann ich es mal bündig erklären. Ich war, wie viel in meiner Generation, also ich bin Jahrgang 57, wie viel in meiner Generation war ich natürlich in den 70er Jahren links und bin Kommunist geworden und aus dieser Prägung heraus, ich war im Kommunistischen Bund, wo er damals auch Jürgen Trittin war, war ich dann ein Gegner der Wiedervereinigung, weil ich gesagt habe, das ist eine Vergrößerung des kapitalistischen Systems. Hier entsteht ein kapitalistischer Megastaat im Herzen des Kontinents. Hier entsteht vielleicht sogar ein Viertes Reich. Also solche Dinge habe ich damals unter der Fahne in Niewiederdeutschland durchaus verbreitet. Und ich muss allerdings sagen, so peinlich ich im Nachhinein diese Position von mir damals finde, habe ich dennoch einige Exzesse dieser Richtung nie mitgemacht. Die Antideutschen haben sich ja sehr schnell auch zu Kriegsfanatikern entwickelt. Schon im Jahr 1991 waren die Antideutschen auf der Position, den amerikanischen Irakkrieg zu unterstützen. Da habe ich immer gesagt, no way, für den Krieg kriegt ihr mich nicht. Und als dann einige angefangen haben, Bomber Harris, do it again, zu brüllen, habe ich gesagt, Leute, wie blöd könnt ihr sein. Also wir sind doch Kommunisten, wir können doch nicht unsere Basis, das heißt die Arbeiter das Volk bombardieren wollen durch eine fremde imperialistische Macht und so. Also da war ich dabei, habe dann aber begonnen schon an meinen Mitstreitern so ein bisschen zu zweifeln. Und was dann letzten Endes sich vollzogen hat, war ein sehr langfristiger Umbruch. Also es ging nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es war ein Prozess von, ich würde mal sagen, 15 Jahren. Begonnen 1995, weitgehend abgeschlossen 2010. Und bei diesem Umdenken gibt es mehrere Stationen. Ich habe mich damals in den 90er Jahren, ich war zuerst Autor und dann auch Redakteur der Monatszeitschrift Konkret. Und in dieser Funktion, weil du vorhin gesagt hast, guter Dietwurt, habe ich noch eine super Story zu erzählen. Mit Dietwurt hatte ich immer Ärger. Also ich war auch Redakteur der Tageszeitung Junge Welt. Und die Dietwurt lieferte da immer ihre Texte. Und ich habe damals schon zu ihr gesagt, Jutta, wir haben uns damals geduzt, Jutta, muss da eigentlich in jedem Text drinstehen, Sexismus, Feminismus, Patriarchat, Antikapitalismus, Antirassismus, Antisemitismus. Also kann man das nicht ein bisschen so formulieren, dass der normale Mensch da auch mitkommt und so. Keine Chance. Also Frau Dietwurt immer völlig vernagelt. Dann hatten wir damals schon eine Diskussion im Rahmen der jungen Welt, Großveranstaltung. Ich glaube, in der Volksbühne, glaube ich, 500 Leute um die Frage Ökologie. Und ich habe schon immer einen Rochus gehabt auf die Grünen. Auch zu Zeiten, wo ich noch links war. Weil ich schon immer gerochen habe, das ist eine volksfeindliche, asoziale, bourgeoisie Richtung. Und bevor die Diskussion losging, habe ich zunächst mal ausgepackt ein schönes Rindersteak. Weil damals haben die auch schon gesagt, kein Fleisch essen und alles verbieten und so. Da habe ich erst mal gesagt, essen wir mal ein schönes Steg zusammen. Aber auch da war die völlig verbiestert und so. Konnte überhaupt keinen, also die geht zum Lachen in den Keller. War das auch so eine Provokation von deiner Seite? Ja, klar. Ja, logisch. Also ich wusste ja, dass die da vernagelt ist. Jedenfalls, also wir sind Mitte der 90er Jahre. Ich war damals Autor der Zeitschrift Konkret und auch schon Redakteur bei der jungen Welt und habe mich in der Funktion sehr stark mit dem Jugoslawienkrieg beschäftigt. Da habe ich dann im Laufe dessen auch viele Bücher zu dem Thema veröffentlicht. War auch sehr viel in Jugoslawien. Und habe viele Veranstaltungen gemacht in Deutschland im Kreise jugoslawischer Gastarbeiter. Also das waren dann jugoslawische Clubs oder serbisch-orthodoxe Kirchen und so weiter. Und da hatte ich zum ersten Mal ein Publikum, was Arbeiter waren. Gastarbeiter. Vorher waren ja nur Studenten. Und da musste ich lernen, mich so auszudrücken, dass der Arbeiter, insbesondere auch der Gastarbeiter, der nicht ganz gut Deutsch kann, mich versteht. Und habe dann im Umgang mit diesen einfachen Leuten festgestellt, dass die eigentlich alle national denken, nämlich serbisch-national. Und für mich als Antinationalen war das ein bisschen befremdlich, aber mit der Zeit sind mir die Leute immer sympathischer geworden, weil ich gemerkt habe, es geht um das Überleben des Volkes. Und dann haben dann auch Linke, frühere Tito-Anhänger, oder Rechte, frühere Königsanhänger oder Tschetnik, haben eine gemeinsame Basis gefunden. Und in der Zeit hat ja auch Milosevic in Jugoslawien mit einer Links-Rechts-Querfond-Regierung das Land verteidigt. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, diese Links-Rechts-Abgrenzung, die haut nicht richtig hin. Also nicht jeder Rechte ist schlecht, sondern wenn es ums Ganze geht, das heißt ums Überleben des Volkes, muss man zusammenarbeiten, wer gegen die ausländischen Mächte ist. Also damals die NATO. Das hat so einen gewissen Denkprozess bei mir in Gang gesetzt. Und ich habe dann auch versucht, das in meine Schriften damals einfließen zu lassen, haben die deutschen Linken natürlich gar nicht kapiert. Die dachten immer noch, das sozialistische Jugoslawien wird verteidigt und so. War natürlich alles Blödsinn. So war praktisch die erste Station. Ich bin vom Antinationalen sozusagen zum serbischen Nationalisten geworden. Das war die erste Entwicklung meines Denkens. Da würde ich mal kurz dazwischenwerfen, weil das gut passt, an der Stelle vom Spiegel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist auch wahrscheinlich ein Interview oder zumindest ein Treffen zustande gekommen, die dich bezeichnet haben als Mischung aus evangelikalen Prediger und Teleshopping-Moderator. Das ist wahrscheinlich, es spricht ja auch ein bisschen Neid daraus, so zu den Arbeitern sprechen zu können, wie du auch sagst, wie du es dort dann wahrscheinlich auch gelernt hast. Ja, ganz genau. Also natürlich hat mir auch geholfen, dass ich lange Jahre meines Lebens Lehrer war. Und da hat man ja auch ein Publikum, wo man sich sehr verständlich machen muss. Was hast du unterrichtet? Du warst Gymnasialehrer, oder? Nee, um Gottes Willen. Ich war Volksschullehrer, also Hauptschullehrer, wie man heute sagt. Und später war ich Berufsschullehrer. Okay. Und da hatte ich schon die harten Jungs vom Bau und so weiter. Und Fächer? Naja, Geschichte, Deutsch, Wirtschaftskunde dann auch. Also diese sogenannten allgemeinbildenden Fächer, ja. Sehr gut. Und dann natürlich auch, wie du es gerade beschreibst, dieser Bruch. Wenn du auf der einen Seite siehst, du hast noch diese, was ja eigentlich dieser große Konsens war, der Linken, nämlich nie wieder Krieg, dann plötzlich zu sagen, okay, wir unterstützen jetzt da in Serbien die Machenschaften der NATO und diese wirklich, ja, kriegerischen Handlungen. Das hat für dich quasi auch so den Bruch, den ersten Bruch ausgelöst. Hast du dann auch schon sehr viel Gegenwind da auch bekommen von Kollegen in der Zeitung? Nee, damals war die Konstellation noch so, dass konkret die Monatszeitung und Junge Welt, die Tageszeitung, die waren gegen den Angriff auf Jugoslawien. Aber es ging schon los, außerhalb der Zeitungen haben sich schon die Linken formiert, die sogenannten Autonomen, die damals schon gesagt haben, ja, wir können doch Jugoslawien nicht verteidigen, wir können doch Serbien nicht verteidigen, denn wir sind ja gegen die Nationen und die Nationalstaaten. Und auch damals ging es schon los, der Aggressor am Boden waren ja die Albaner, also der Aggressor in der Luft war die NATO mit ihren Bombardierungen, aber der Aggressor am Boden waren die Albaner, also die Moslems. Und da ging es schon los, dass große Teile der Linken ihr Herz für die Moslems entdeckt haben, während wir zu der Zeit in Konkret überlegt haben, allen Ernstes, ich glaube, das war das Jahr 1999, das Jahr 2000, ein Cover zu machen, scheiß Islam. Also das war damals schon ein Prozess innerhalb dieser anfänglich antideutschen Richtung, dass man gemerkt hat, mit den Moslems, also da wollen wir uns auch nicht vertragen, sondern da kommen wir auch unter die Räder. Das ist ja ein lustiger Kontrast zu den Positionen, die heute Linksparteien vertreten. Ja, wobei man sagen muss, es gibt einen ganz kleinen Teil, der von damals überlebt hat, das ist die sogenannte Zeitschrift Bahamas, die damals so ein kleines Theorieorgan der Antideutschen waren, die dann irgendwann auch gesagt haben, wir sind nicht mehr Antideutsche, aber noch diese Denktradition im Geiste von Adorno und Heukheimer noch heute vertreten. Und die sind extrem anti-Islam am Anfang, in der Mitte und auch heute noch. Und deswegen legen die, das ist ganz paradox, auch heute ab und zu ein gutes Wort für die AfD ein, wo sie natürlich fürchterlich angegriffen werden von den völlig Verrückten. Und das ist auch, glaube ich, ein interessanter Punkt, was ja auch ein Motto, was du dann geprägt hast, ist eben nicht links, nicht rechts, sondern nach vorn. Das ist, glaube ich, was du gesagt hast, wo ich auch sehr stark, auch die Bemühungen, die ihr auch mit dem Magazin, hier mit dem Kompakt, was du dir dann, um es ein bisschen vorzugreifen, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, im Prinzip auch, weil du nirgendwo richtig einen Anschlusspunkt, so wie du es wolltest und so wie du dann gerade warst, als Person hattest, wo du auch diese Gräben überwindest, ein Stück weit zu gucken, wo sind denn die gemeinsamen Schnittpunkte eigentlich, weil du es ja bei dir selber festgestellt hast, von dem Weg. Wie ging es dann weiter? Also du hast ja, an dem Punkt warst du ja noch nicht raus. Da warst du ja noch im Prinzip vielleicht ein bisschen, bist du angeeckt, oder? Na ja, gut, ich hatte ja auch viele Fans. Also jetzt, wenn man zurückdenkt an diese legendäre Veranstaltung mit der Dittfurt, wo ich das Fleisch ausgepackt habe, war ungefähr Hälfte, Hälfte im Publikum. Ich war dann Redakteur der Zeitschrift Konkret für den Politikteil verantwortlich von vom Jahr 1999 bis zum Jahr 2002, Ende 2002 und bin aber dann da auch rausgeschmissen worden im Zusammenhang mit dem nächsten großen Krieg, nämlich dem amerikanischen Krieg gegen den Irak, schon wieder, ging es um den Irak und ich habe schon wieder gesagt, wir können nicht für den Krieg sein und der Herausgeber Hermann Gremlitzer und die Mehrzahl der Mitarbeiter, Redakteure, Autoren war eben der Ansicht, bei diesem Krieg darf man nicht Position beziehen, weil es gibt gute Argumente gegen den Krieg und gute Argumente für den Krieg. Die guten Argumente für den Krieg waren dann vor allem, dass man, wenn man Saddam Hussein und seinen Staat wegbombt, dass man dann Israel rettet. Und da habe ich schon gesagt, Moment mal, damit will ich eigentlich nicht anfangen jetzt. Also flog ich da auch raus, ging dann zurück zur jungen Welt, war dort fester Freier sozusagen, aber in guter Position und war dann auch sozusagen eine Zeit lang ein bisschen in einem Hängezustand. Ich fühlte mich weiterhin als Linker, aber war schon durch die Auseinandersetzung der letzten Jahre ein bisschen zum Eindruck gekommen, dass doch ein großer Teil dieser Linken nicht Tatsachen prüft, also zum Beispiel die Tatsache, dass Saddam Hussein mit 9-11 nichts zu tun hat und man deswegen keinen Grund haben kann, den Irak anzugreifen, bitteschön. Schon bei Osama Bin Ladens Verantwortung habe ich ja gesagt, wo es der Beweis ist. Aber egal, also beim Irak 2003 wurde es eklatant. Also ich habe immer die Wahrheit in den Tatsachen gesucht und die haben immer Ideologie gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, diese linke Szene wird irgendwie immer realitätsfremder. Und der nächste Bruchpunkt war dann das Jahr 2005, als der gute Franz Müntefering die wichtige Rede gehalten hat gegen die amerikanischen Heuschrecken, Hedgefonds, die deutsche Firmen aufkaufen. Das war ein Resultat einer Steuererleichterung, die die Schröder-Fischer-Regierung eingeführt hat, die rot-grüne Regierung, die es dann ermöglicht hat, dass diese amerikanischen Hedgefonds sich in Deutschland einkaufen. Was hat denn Müntefering da geritten, dass er da so einen Mut hatte, plötzlich so etwas zu sagen? Ja, das war natürlich wahltaktisch, weil die rot-grüne Regierung ist ja zerbrochen, oder die Regierung ist nicht zerbrochen, aber Schröder hat Neuwahlen eingesetzt im Mai 2005 und dann wollte Müntefering, damals Generalsekretär, die Schande, dass der Schröder das Schlamassel ja selber angerichtet hat, dadurch vergessen machen, dass er jetzt, machen die Sozis ja immer vor Wahlen, dass sie dann plötzlich ihr soziales Herz und ihre gewisse antikapitalistische Demagogie entwickeln. Aber es traf ja die Richtigen, die Heuschrecken waren ja wirklich ein Riesenproblem, sind es übrigens immer noch, dass die sich einkaufen in Deutschland und immer mehr unsere Wirtschaft unter amerikanische Kontrolle gerät. Die Mehrzahl der DAX-Firmen sind ja in ausländischem Besitz, damals schon. Man denkt auch an Friedrich Merz und BlackRock zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Also wir haben ja diese Feindagenten in Politik und Wirtschaft überall. Und da habe ich gesagt, der Müntefering hat recht und die einzige Möglichkeit, unsere Wirtschaft, das heißt links gesprochen, unsere Arbeiter, zu schützen, ist den Nationalstaat einzusetzen gegen diese globalistische Entwicklung. Das habe ich gesagt und ich konnte das auch begründen mit Marx und Engels und Lenin und so, hat aber damals schon keinen Schwanz mehr interessiert in der Jungwelt, wo ich in der Redaktion war. Also die waren voll auf Internationalismus und Antinationalismus und selbst wenn der deutsche Arbeiter dabei untergeht, wollten die davon nichts wissen. Tatsächlich. Ich hatte aber damals das Glück, dass das nicht gleich zum Bruch führte, weil im selben Jahr 2005 trat ja Oskar Lafontaine von der SPD zur PDS und später Linkspartei über und der hat ähnlich gesprochen wie ich damals und so war ich erstmal safe. Er war das Schutzschild sozusagen. Er war das Schutzschild, genau. Aber das ging natürlich nicht lange gut, weil Oskar hat sich irgendwann den Schneid abkaufen lassen und dann war auch ich weg vom Fenster. Mein letzter Artikel, den ich in der jungen Welt schreiben durfte, im Januar 2008, war der Artikel Rettet die deutsche Kohle. Mit gleich zwei Tabubrüchen in einem Artikel, nämlich Kohle retten. Das war damals auch schon völlig grün versifft, die Redaktion. Und dann deutsche Kohle, um Gottes Willen. Das war also praktisch Hermann Göring oder wurde das angesehen. Also bin ich da raus und hatte noch ein einjähriges Gastspiel in der anderen linken Tageszeitung, dem ruhmreichen Neuen Deutschland, früheres Zentralorgan der SED. Da bin ich aber auch bald angeeckt. Und zwar, das war damals schon die beginnende Euro-Krise, habe ich mich positiv auf Karl Albrecht Schachtschneider bezogen. War No-Go, weil Schachtschneider galt schon als Rechter, weil da, ich weiß gar nicht, was er für Verbrechen hatte, aber... Revisionismus vielleicht auch sowas. Ach, alles mögliche. Und nachdem dieses Gastspiel auch zu Ende war, vielleicht noch interessant, wie es zu Ende ging, im Januar 2009, also ungefähr nach einjährigem Aufenthalt in den ruhmreichen Hallen des Neuen Deutschland, habe ich die Volksinitiative gegen das Finanzkapital gegründet, wo als Gegenwehr gegen die kurz vorher eingetretene Börsenschlamassel weltweit im Zuge von dem amerikanischen Platzen der Immobilienblase, ich gesagt habe, ja, man muss das nationale Kapital schützen vor diesen Entwicklungen und von der Wall Street und von der City of London, vom internationalen Finanzkapital kommt alles Böse. Das war natürlich ein unerhörter Gedanke, den man in der Linken nicht aussprechen durfte, obwohl ich ihn auch nicht nur mit Mündeführung, sondern auch mit Lenin legitimieren konnte. Aber als dann die NPD diesen Gedanken auch gut fand und diese Volksinitiative gegen das Finanzkapital unterstützte, obwohl ich die NPD nie gefragt habe. Hast du nicht vorher angerufen? Nicht vorher angerufen, da haben die mir da vollen Strick draus gedreht und es ging innerhalb von Stunden, war ich gekündigt. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mich gern haben, jetzt steige ich aus dem linken Kosmos und breche auf zu neuen Ufern und die Parole war dann eben nicht links, nicht rechts, sondern vorn. Also man geht weg von den Ideologien und nimmt sich pragmatisch das, was gute Lösungen sind, egal was das für einen Hintergrund hat. Wobei der Slogan aus der Anfangszeit der Grünen kommt, von 1980er Jahre, frühe 80er Jahre. Aber Ende der Nullerjahre galt auch das, was in den frühen 80er Jahren noch grün oder links war, schon als rechts. Auch das, was Frau Merkel Anfang der 2000er gesagt hat, zum Beispiel, ist ja heute sehr rechte Position. Ja. Was ich auch interessant finde, weil du auch gerade sagst, diese Entwicklung auch mit dem internationalen Finanzkapital, wir haben ja auf der einen Seite dieses Ereignis bei der NPD, wo du sagst, okay, die haben mich dann unterstützt, wo ich auch wieder darauf hinweisen möchte, das hatten wir auch schon im Vorgespräch, aber ich will es nochmal für den Zuschauern sagen, es ist natürlich sehr, sehr bequem, wenn man weiß, okay, in der NPD gibt es auch einige Verfassungsschützler, zum Beispiel, und das auch gerne mal für bestimmte Zwecke verwendet wird, wobei ich jetzt niemanden unterstellen will, es gibt da auch Leute, die es aus Idealismus machen. Aber natürlich ist es sehr praktisch, so etwas zu demagnetisieren und für Leute unappetitlich zu machen. Wenn du zum Beispiel kommst mit einer Initiative, und da kommt die NPD sofort, ja, wir unterstützen das, und dann ist in den Zeitungen noch NPD, NPD, und was du eigentlich damit gemeint hast, es interessiert dann keinen mehr, weil da steht dann vorne NPD drauf, das ist natürlich eine sehr clevere Strategie. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, finde ich auch interessant, weil du eben Finanzkapital sagst, man muss sich nämlich daran denken, an den interessanten Prozess, wo du ja Frau Dittford wieder begegnet bist, und wo sie dich einen glühenden Antisemiten genannt hat, fand ich auch spannend, weil sie eben in den Worten, die du gesagt hast, gerade wie Finanzkapital und so weiter, natürlich gleich den Bezug auf jüdische Weltverschwörung gesehen hat, mit keinem Wort erwähnt, und ich glaube, du hast zweimal vor Gericht auch gewonnen. Ja. Vielleicht willst du das nochmal kurz sagen, war dir das schon klar, dass es mit ihr irgendwann später Probleme geben würde nochmal, oder hat dich das auch überrascht, dass sie sich dann so angreift? Nee, die ist ja einfach gaga, die Frau. Ich wusste nicht, dass man mit ihr noch Probleme kriegen kann, aber plötzlich kam sie raus aus dem Loch, ja. Das war dann aber schon ein paar Jahre später, wir sind dann schon im Jahr 2014, als es die berühmten Montagsdemonstrationen der neuen Friedensbewegung gab, es war damals Ukraine-Krise, Krim-Krise, Kriegsgefahr und so weiter, und da habe ich eine Rede gehalten, am Ostermontag 2014, wo ich eben diesen Gedanken, den ich schon 2009 hatte, nochmal ein bisschen präzisiert habe, wo ich gesagt habe, das internationale Finanzkapital spielt heute die Rolle der früheren adlichen Dynastien. Das heißt, der Blutsadel des Mittelalters hat sich in den Geldadel verwandelt. Und so wie im Mittelalter die Habsburger, die Romanovs, die Tudors, die Bourbonen, Adelsdynastien waren, die kein Interesse am Volk hatten und supranational gedacht haben. So gibt es jetzt einen Geldadel namens Blackrock oder namens Rockefeller, die denken global und nicht mehr national und denen ist auch das Volk scheißegal. Und daraus habe ich dann auch eine Widerstandstheorie entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, im Widerstand gegen den Blutsadel im Mittelalter gab es auch kein Links oder Rechts. Du kannst ja nicht sagen, du kannst ja nicht sagen, Störtebecker oder Wilhelm Tell oder Robin Hood, das waren Linke oder Rechte, sondern das waren einfach Vertreter des Volkes, gegen die Herrschaft. Und so muss heute auch der Widerstand aussehen gegen diesen Geldadel, der konzentriert ist in der City of London und in der Wall Street. Da brauchen wir einen Widerstand, der jetzt nicht sich um die alten Kategorien des untergegangenen Industriezeitalters kümmert, sondern der sich eher orientieren muss an dem Vorbild vom Mittelalter, weil die Konstellationen sind ähnlich, 1% gegen 99%. Damals 1% Blutsadel gegen 99% Volk, jetzt 1% Geldadel, also internationales Finanzkapital und wieder sind 99% die Leidenden in den Völkern. Ich finde auch sehr interessant, ich sehe da auch gerade, was ja auch immer wieder gedreht wird, dass dann Leute wie du zum Beispiel dort zum Kampf aufrufen, weil du auch sagst Widerstand und so, weil ich auch immer festgestellt habe, auch aus der eigenen Beobachtung her, dass wenn man selber angegriffen wird, und das machen häufig diese Globalisten, sie greifen das Volk an, muss man sich verteidigen und man kann eben nicht, wie es immer gesagt wird, auf Feindschaft, auf Angriff, auf Hass mit Liebe reagieren. Man muss sich dann selber genauso dagegen stellen, um sich zu verteidigen. Es ist kein Angriff von der Seite des Volkes, sondern es ist eine Verteidigung, gegen die das Volk oder die Völker in dem Sinne auch, die Nationen abschaffen wollen, um eben ihre globale Ordnung oder was auch immer zu errichten. Was ich auch interessant finde, du hast ja von der, gerade auch in der Entwicklung auf den Montagsdemos gesprochen und von der Finanz, du sagst jetzt Finanzadel, und heute gibt es ja auch neuere Begriffe dafür, was ich sehr gut finde, die da auch zustimmen, also jetzt Markus Kral zum Beispiel oder so, oder auch Max Otte, die dann eben von einem Geldsozialismus sprechen, oder auch von den Zentralbanken, die eben diesen Sozialismus eben auf den oberen Ebenen und damit eben alles steuern und damit aber auch wieder die Nationen auseinandernehmen und auseinanderziehen. Und jetzt hast du gerade gesagt, links und rechts gibt es dafür ja für dich eigentlich für Begriffe gar nicht. Gibt es überhaupt irgendeine Definition, die du für links oder rechts hast, oder ist das für dich eine komplette Fantasie mittlerweile, oder was bedeutet für dich links und rechts noch? Die Schwierigkeit ist, dass der Sache nach, wie ich ausgeführt habe, die Begriffe eigentlich von gestern sind. Aber das Echo in den Köpfen und Herzen dieser Begriffe ist noch da. Das heißt, wir können nicht wegdiskutieren, dass sich heute immer noch Leute als links oder rechts bezeichnen. Das macht auch ein bisschen die Schwierigkeit von diesem Konzept aus, nicht links, nicht rechts, sondern vorn. Fakt ist einfach, dass sich 95% der linken Funktionsträger, das heißt bei der Partei SPD, bei der Partei Grüne, bei der Partei Die Linke, 95% davon bezeichnet sich als links. An der Basis bei den Wählern sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben ja gerade in Ostdeutschland, in Mitteldeutschland, sehr starke Übergänge von früheren Linkswählern zu heutigen AfD-Wählern. Das heißt, im Grunde, diese Querfront, dass man sozusagen die besten Köpfe von links und von rechts, die die Verteidigung des Staates und des Volkes wollen, auf ihrer jeweils eigenen ideologischen Grundlage, dieser richtige Gedanke hat sich in der Praxis nicht durchgesetzt, weil die linken Funktionäre alles verhindern. Und ein typisches Beispiel für diese Verhinderung waren eben diese Montagsdemonstrationen. Die gab es im Februar, März, April, Mai 2014 anfänglich durchaus im Publikum und von der Rednerauswahl eine Links-Rechts-Mischung. Aber man muss leider sagen, dass dieser schöne Ansatz gehijackt, gekidnappt wurde, unterwandert wurde von linken Kadern und dass der wichtigste Mann dieser Montagsdemonstration, nämlich der Journalist Ken Jebsen, das leider zuließ und mitbeförderte. Mit Jebsen haben wir in den Jahren zuvor, das heißt 2012, 2013, sehr gut zusammengearbeitet, auch als Kompaktmagazin. Aber an der Frage kam es zum Bruch, denn er hat plötzlich entdeckt, dass wir Rechte sind und hat lieber mit den Linken zusammengearbeitet. Und dadurch ging das ganze Projekt Montagsdemonstration absolut kaputt. Und das war, glaube ich, der letzte vernünftige Querfrontansatz. Jetzt verwirklicht sich die Querfront im Rahmen der AfD. Weil im Grunde haben wir in der AfD einen sozialistischen Flügel oder einen sozialdemokratischen Flügel, was die Wirtschaftspolitik angeht, der sich in Ostdeutschland um Höcke konzentriert und wir haben eben einen wirtschaftsliberalen Flügel, der in Westdeutschland stärker ist und der sich zum Beispiel um Meuthen konzentriert. Ich finde das auch spannend. Ich muss sagen, auch schon der Begriff Querfront an sich, auch das scheint mir schon fast ein bisschen überholt zu sein, weil für meine Beobachtung ist es mittlerweile so, du sagst ja auch, die Begriffe haben sich teilweise auch so getauscht. Das sind eher noch Echos von dem als es früher war. Altlinke finden sich in den Neulinken heute Positionen gar nicht mehr zurecht, wenn sie tatsächliche Leute waren, die Grundwerte hatten, zum Beispiel gesagt haben, okay, kein Krieg, nie wieder Krieg, das ist was, was ich wirklich verhindern will und die dann eben den Jubel der Neulinken und der neuen Strömung dann überhaupt nicht verstanden haben, wie kann man dann Krieg wollen, wenn man links ist und das hat sich ja heute so viel gedreht und Querfront stellt für mich so ein bisschen, du kannst mich ja auch korrigieren, aber so diesen Fall da oder die Idee da, dass es eigentlich so ein breites Links und so ein breites oder weniger breites Rechts gäbe und dann versucht man da irgendwie über so einen riesigen Graben da so eine Brücke zu schlagen, aber eigentlich ist mein Eindruck eher, dass viele Leute eigentlich tatsächlich in der Mitte sind, vielleicht eine Tendenz haben, eigentlich miteinander reden wollen, aber es gibt halt diese, ich sag mal so wirklich extremen und sogar Arschlöcher an beiden Seiten, an beiden Enden, die sich eigentlich sogar wieder ziemlich ähnlich sind und die aber versuchen alles so auseinander zu ziehen. Nein, du darfst nicht mit denen reden, wenn du mit denen redest, dann rede ich nie wieder mit dir und da bist du auch kein Linker mehr, da bist du ausgeschlossen und dann versuche ich dich fertig zu machen und dass du deinen Job verlierst und so weiter. Ist das auch dein Eindruck? Nein, genau, es ist gut, dass du das sagst. Also im Grunde ist der Begriff Querfront, obwohl ich den auch schon verwendet habe, für die gegenwärtige Situation falsch. Denn der Begriff Querfront stammt aus der Debatte in den 1920er Jahren, wo es darum ging, ob sich die Extremisten von links, das heißt die KPD und die Extremisten von rechts, nämlich die NSDAP, hintenrum gegen die verrottete Weimarer Demokratie zusammenschließen könnten und der Höhepunkt dieser Strategie war ja der Streik der Berliner Verkehrsbetriebe im Jahr 1932, wo es dann auch eine Podiumsdiskussion gab zur Befeuerung des Streiks, da war dann Goebbels und Ulbricht. Ja, also sehr, sehr interessant. Aber wie es ausging, wissen wir ja auch. Aber heute geht es nicht darum, sondern was wir heute ja haben, ist, dass die Mitte ganz brave Christdemokraten und Sozialdemokraten, die sind ja heimatlos geworden, weil die Führung der Union und die Führung der SPD völlig nach links abgedriftet ist. Und diese braven Leute, die mit Extremismus gar nichts im Sinn haben, die versuchen sich jetzt zu artikulieren und finden eigentlich nur die AfD. Und dass da dann auch Leute dabei sind in der AfD, die jetzt eine rechtere Tradition haben, die vielleicht irgendwann mal in der NPD waren oder irgendwann mal in der Partei Die Freiheit oder was, das gibt es natürlich auch. Ich glaube, die NPD-Mitgliedschaft ist sogar ausgeschlossen. Ist ausgeschlossen, ja. Vielleicht haben sich da ein paar reingeschmuggelt, weiß der Teufel und so. Aber eigentlich sind es kreuzbrave Leute aus der Mitte. Deswegen, was wir im Augenblick haben, ist ein Aufstand der Mitte, der vom System als rechts- oder gar rechtsradikal verleumdet wird. Das ist ein völlig anderer Prozess. Das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil nochmal, du hattest es auch beschrieben, dass ihr das jetzt in den Magazinen auch mit drin habt, dass diese Demokratie ohne das Volk, das beschreibt das ja eigentlich gerade, dass das gerade auch so über diesen Grünen oder über diesen Greta-Gedanken halt sehr stark, jetzt die heilige Greta und wir schützen doch die Umwelt als Front dafür, dass eigentlich die Demokratie jetzt ohne ins Volk gemacht hat, das Volk, wie du gerade gesagt hast, die Mitte, komplett alleingelassen wird, gesagt wird, so, nö, wir machen jetzt gar nicht mehr, was ihr wollt, wir sind hier unser eigenes Ding und sogar von Leuten wie, ich glaube, Robert Habeck, der dann die chinesische kommunistische Diktatur lobt, weil man kann ja da so viel machen und man kann die richtigen Dinge umsetzen, die richtig sind, weil sie moralisch sind und die moralisch sind, weil sie richtig sind, keine Ahnung. Würdest du auch sagen, dass es tatsächlich dort eine, unter dem Deckmantel der Demokratie, aber nur noch als Wort, eigentlich schon fast in eine, naja, totalitäre Richtung geht? Ja, also, das System, das Regime radikalisiert sich, es wird zwar weiter gewählt, aber der Parteienpluralismus verschwindet, indem sich die Altparteien zu Blockparteien zusammenschließen und das führt dazu, dass zwar noch von Demokratie die Rede ist, aber eigentlich spielen Wahlergebnisse keine Rolle mehr. Also, je mehr die Linken, die SPD, auch die CDU verlieren, nützt alles nichts, weil die regieren weiter. Also, jetzt in Sachsen und Brandenburg, offensichtlich, das Volk will eine bürgerliche Regierung. In Sachsen haben CDU und AfD zusammen 60 Prozent, aber der Wille des Volkes spielt überhaupt keine Rolle. Die CDU steigt mit den Grünen ins Bett. In Brandenburg ähnlich, in Thüringen wird es ähnlich kommen. Und man sieht es auch auf internationaler Ebene. In Großbritannien, das Volk hat den Brexit gewählt in der Volksabstimmung. Und sogar nochmal, jetzt in der letzten Europawahl, nochmal um einen draufzusetzen. Nochmal, ja. In der Europawahl hat die ganz neue Brexit-Partei mit über 30 Prozent die anderen deklassiert. Ja, brutal. Trotzdem kommt der Brexit nicht durch, weil sich die Altparlamentäre, die noch von der Wahl von Arnold Dunemal stammen, also 2015 oder wann die zum letzten Mal gewählt haben, die verhindern jetzt, dass Boris Johnson, der Premier, diesen offensichtlichen Volkswillen umsetzt. Oder nehmen wir Italien. Salvini, die Lega, stürmt in allen Umfragen nach vorne, lag zuletzt bei 38 Prozent. Dann ging die Regierung auseinander. Anstatt Neuwahlen anzusetzen, wie er Salvini wollte, haben sich die völligen Verlierer, nämlich die Fünf Sterne, und die Demokratische Partei, also die Postkommunisten, als Koalition der Verlierer, zusammengeschlossen. Auch wieder mit ihren Altparlamentären, die auch schon, was weiß ich, 2018 gewählt worden sind und die reale Entwicklung gar nicht mehr abbilden und machen jetzt diese neue Koalition. Das heißt, Und wahrscheinlich die komplett gegen den Volkswillen jetzt wieder die Arme aufmachen für Lampedusa und für... Natürlich, natürlich. Wie lange das gut gehen kann, weil irgendwann wird ja wieder gewählt und ich rechne schon damit, dass wenn jetzt die CDU in Sachsen und in Brandenburg mit den Grünen ins Bett steigt, okay, wenn sie das in Baden-Württemberg machen, die Schwaben sind sowieso nicht die schnellsten, aber die Sachsen, die sind ja helle. Wenn die das wirklich machen, wird das schon Auswirkungen haben auf die Thüringer Wahl. Dass sich dann CDUler in Thüringen sagen, Moment mal, ich kann nicht mehr CDU wählen, weil ja am Schluss kriege ich die Grünen, also gehe ich auf Nummer sicher und wähle doch die AfD. Das heißt, diese Strategie, das Volk wählen zu lassen, aber dann Regierungen zu bilden aus den Verlierern, die sich dann alle in der Blockpartei SED-mäßig, nationale Front-mäßig zusammenschließen, geht auch nur eine Zeit lang gut. Und da finde ich auch sehr interessant, da sind wir nämlich bei einem Punkt, weil du gerade SED ansprichst, ich finde es auch mal lustig, du verwendest ja Begriffe wie Volk zum Beispiel und Heimat. Und in der achtzulinkten DDR wurde ja auch von Volk und Heimat gesprochen, aber heute sind das ja verbrannte Begriffe, zumindest nach dem Mainstream. Und jetzt möchte ich mit dir mal das N-Wort ansprechen, das große N-Wort in Deutschland, weil das eben gerade in der DDR auch noch ausgesprochen wurde, und das ist nicht das, was vielleicht amerikanische Zuschauer denken würden, sondern in Deutschland ist das große N-Wort das Nationalismus und Nationalist. Und mich würde interessieren, du wurdest auch schon als, ja, linksnationalistisch bezeichnet. Generell hast du das Wort auch selber schon häufig verwendet, ich habe es auch schon verwendet. Was bedeutet das für dich? Also, ich habe keine Scheu vor dem Begriff Nationalismus, weil die Nation ist der Bezugsrahmen, auf der sich die, im Rahmen dessen sich die Verteidigung der sozialen Rechte, der kulturellen Traditionen, der familiären Werte abspielt. Deshalb habe ich auch kein Problem mit dem Begriff Nationalist, wobei ich den Begriff Patriot oder Patriotismus bevorzuge. Tatsächlich ist ja da die alte Linke auch vollkommen schmerzfrei gewesen, das heißt, die haben sich alle als Patrioten dargestellt, die französischen Kommunisten, italienischen Kommunisten sowieso, aber auch die DKP, die deutsche kommunistische Partei, hat immer schwarz-rot-gold in den Farben gehabt, was weiß ich, bis in die 80er Jahre, die nationale Front in der DDR, die nationale Volksarmee in der DDR, der preußische Stechschritt, wunderbare Sachen. Also man muss sowieso sagen, dass die DDR nicht der bessere deutsche Staat war, aber in jedem Fall der deutschere deutsche Staat, weil dort die deutschen Traditionen und Werte hochgehalten wurden. Man hat sie kommunistisch angestrichen und so, aber das hat ja am Wesenskern nichts geändert. Und viele im Osten, und ich sage das auch, im Nachhinein, schade eigentlich, dass die DDR untergegangen ist. Natürlich hat man sich erst mal gefreut wegen Wiedervereinigung. Und ich war damals so blöd, dagegen zu sein, aus den falschen Motiven, nämlich Antideutsche. Aber wenn man jetzt 30 Jahre später zurückblickt, muss man natürlich sagen, für das deutsche Volk, also aus konservativer Sicht, aus nationaler Sicht, wäre es natürlich besser gewesen, es wäre nicht zur Wiedervereinigung gekommen, denn dann hätten wir jetzt im Osten einen Staat, der zwar undemokratisch ist, aber immerhin noch deutsch. Und du kannst aus einer Diktatur kannst du eine Demokratie machen, indem du das Volk mobilisierst. Aber ein Volk, das ausgetauscht wurde, den Prozess kannst du ja nicht mehr rückgängig machen. Deswegen ist die Frage der politischen Verfasstheit von dem Staat, ob jetzt sozialistisch, konservativ, christlich, monarchistisch oder was auch immer, ist eigentlich zweitrangig. Weil daran kann das Volk immer was ändern. Aber was wir im Augenblick erleben, ist ja, das Volk wird abgeschafft, wird ausgetauscht. Und deswegen ist das die zentrale Frage über alle politischen und ideologischen Streitfragen hinweg. Aber jetzt, was heißt Nationalismus? Ich glaube, das Biologische ist der Kern, aber darf nicht verabsolutiert werden. Natürlich vererben sich bestimmte Eigenschaften, jetzt weniger über die Gene oder über die DNA, sondern vor allem über kulturelle Tradierung. Das ist wichtig, dass dieser Kern stark bleibt. Aber dass der Kern darf natürlich nicht sich abschotten von den Einflüssen der äußeren Welt. Das heißt, wir brauchen natürlich ein gewisses Maß an Zuzug. Wir brauchen immer wieder frischen Wind. Wir brauchen immer wieder Leute, die neue Ideen reinbringen. Und das hat ja eigentlich in der alten Bundesrepublik ganz gut geklappt. Ich würde mal sagen, bis in die 70er, 80er Jahre hat man sich ja gefreut, okay, jetzt kommen die Italiener rein, jetzt kommen die Spanier rein. Mit den Türken war es schon ein bisschen schwieriger, aber ich muss sagen, ich war ja damals in Stuttgart Lehrer und auch die Türken konnte man damals noch in die Spur bringen, denn die Leitkultur, die deutsche war noch intakt und dann hat man eben dem Ali gesagt, hier Stuttgart, hier Kehrwoche, hier nicht Antalya und alles wegschmeißen. Das hat noch geklappt, weil es halt nicht zu viel wurde. Also beim Ausländerzuzug macht die Dosis das Gift. Geringe Dosis kann wirken wie Arznei. Zu hohe Dosis ist letal. Und also deswegen würde ich sagen, beide Seiten in der Definitionsdebatte um die Nation haben in gewissem Sinne recht. Wobei die völkische Seite den Kern definiert, der muss tradiert sein über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, aber die Leute, die jetzt von Verfassungspatriotismus reden und sagen, wir gehen ganz weg von der Biologie, die sollen wir auch nicht schlecht reden, denn sie vertreten auch ein wichtiges Element, nämlich den frischen Wind, der notwendig ist. Das Problem ist nur, dass im Augenblick in der Debatte die Verfassungspatrioten die anderen, die Traditionsnationalisten, sage ich mal, als Nazis bezeichnen. Dadurch wird eine gesunde Diskussion zwischen beiden Polen verunmöglicht. Ja, das ist auch mein Eindruck, muss ich sagen, und ich finde es schade, weil ich sehe auch, dass auf jeden Fall Lösungen und Übereinstimmungen auch möglich sind. Also ich muss sagen, ich habe das für mich so weit runtergedampft, Nationalismus heißt für mich eigentlich nur von den eigenen für die eigenen, weil da steckt schon so viel drin in dem Ausspruch, nämlich man muss sich auch, das ist auch so eine Grundvoraussetzung, man muss sich gegenseitig als Eigenempfinden, als zum eigenen gehörig empfinden. Und das ist zum Beispiel auch eigentlich mein größtes Problem mit der Masse der Erdogan-Türken, nicht jetzt mal, nicht Allgemein-Türken, sondern Erdogan-Türken, die im Prinzip sagen, ja, Türkei und so weiter, ich bin Türke und hier in Deutschland bin ich Besucher so, oder ich habe Staatsbürgerschaft, aber ich bin kein Deutscher so. Weil ich glaube, es kann auch, wie du schon sagst, unabhängig von der Biologie durchaus eine Nation funktionieren mit anderen Einflüssen, aber nur so weit, wie sich wirklich dann diejenigen, also alle, die daran beteiligt sind, als eins empfinden können. Und wenn sie das nicht tun, wenn schon einer das nicht tut, kann er schon nicht dazu gehören. Ganz genau. Und dann ist das aber wieder, dass man da sagt. Deswegen ist ja eigentlich der Spruch, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen, ist richtig. Der Spruch wird aber heute auch schon als Nazi dargestellt. Ja, genau. Ja, wo stammt er eigentlich her? Ich glaube, kann sein, dass er von der NPD kommt. Aber er ist trotzdem richtig. Ja, und das ist wieder das, was ich vorhin sagte mit der Demagnetisierung. Man lässt die NPD richtige Sachen sagen, damit sie niemand sich anhört, weil er kommt ja von der NPD und ist ja deswegen widerlich und anrühchig und was weiß ich. Na gut, das machen die trotzdem. Willy Brandt hat ja auch gesagt, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Das war der Slogan für den größten Wahlerfolg der SPD in ihrer ganzen Geschichte, nämlich 1972 mit 45,7. Das war der Slogan. Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Ich meine, wenn du heute so etwas sagst, bist du auch Nazi. Aber es ist auch interessant, das spricht wieder auch für deine Beobachtung, dass im Prinzip diese Parteien sich sagen, okay, selbst wenn wir jetzt damit erfolgreich sind, ist es uns trotzdem egal, weil wir wollen ja in eine andere Richtung gehen. Heute würden wir das nicht mehr sagen, auch wenn vielleicht das wieder, wie du schon gesagt hast, in Ostdeutschland, Mitteldeutschland, die Leute das bejubeln würden. Und vielleicht sogar sagen würden, was sagt die SPD? Sie würden es vielleicht nicht glauben, jetzt im Moment, aber auf jeden Fall, das ist was, was ankommt. Aber es gibt ja auch einen gegenteiligen Reflex, dass je schärfer diese Sprachverbote werden, viele Leute angeekelt sich abwenden und auch aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen. Also zum Beispiel Neger. Ich habe früher nie Neger gesagt. Ich weiß nicht, warum nicht, vielleicht aus guter Erziehung oder es war nicht mein Sprachgebrauch. Okay, aber seit es verboten ist, sage ich es. Ja, gerade zum Trotz. Und ich gucke so gerne diese schönen alten Shows an von Harald Schmidt aus, das war noch Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Oh, das habe ich auch gerne geguckt. Schmidt und Antrag, ja, er hat Neger gesagt und dann werden die ganzen Storys erzählt. Ja. Das ist mein innerer Reichsparteitag. Anführungszeichen. Und Schmidt, Schmidt kritisiert ja heute auch die Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Der weiß ja auch, dass seine Sendung heute nicht mehr möglich wäre. Ja. So wie sie halt früher. Wobei er hat natürlich seinen Frieden gemacht. Sicher, sicher. Aber ich meine nur, es ist interessant halt, dass das, wie stark man sich so weit davon entfernt hat, auch von Angela Merkel 2003, sie selber würde sich von früher als Nazi bezeichnen. also, dass sich das Ganze so schnell drehen konnte. Warum denkst du auch gerade, dass sich heute so viel beschleunigt hat? Ich glaube, die Entwicklung beschleunigt sich, weil das System dem Abgrund zuläuft. Also an, wir hatten die Wirtschaftskrise 2008, 2009. Die konnte mit Ach und Grach und mit sehr viel Fantastilliarden aus der Bazooka von Mario Draghi noch einigermaßen stabilisiert werden. In den USA hat ja die Wall Street oder die Federal Reserve ähnlich das Geld eingesetzt. Aber jetzt kommt schon die nächste Megakrise. Die wird noch wesentlich stärker reinhauen. Und dann werden sich, anders als 2008, als es die AfD noch nicht gab, die Enttäuschten und Beleidigten und Entlassenen, etwa der Automobilindustrie, aber nicht nur da, an eine politische Vertretung, nämlich die Blaue Partei von Gauland und Weidel, wenden können. Und in anderen Ländern stehen jetzt starke, ähnliche Formationen auch zur Verfügung. Etwa die Lega, etwa der Front National. Und vor dieser Verbindung zwischen nationalgesinnten Parteien und sozialem Aufstand hat das Regime mächtig Angst. Und deswegen werden sie jetzt immer offensichtlicher in ihren Unterdrückungsmaßnahmen. Aber auch ihre Lügen werden immer offensichtlicher und es befördert den Aufstand nochmal. Und vielleicht als Abschlussfrage, was würdest du sagen, gerade worauf wir uns einstellen müssen? Ich meine, du beobachtest ja genauso wie ich auch die Nachrichten, die Entwicklungen, kennst du einige Hintergründe. Was denkst du, worauf sich die Deutschen einstellen müssen, was kommt? Und was ist vielleicht das positivste Szenario, wie wir uns hier erwarten können? Das Negative ist, fangen wir mit dem negativen Szenario an. Das hat ja Urlebeck in seinem Roman Die Unterwerfung, heißt es glaube ich, geschildert. Für Frankreich, für Deutschland sehe ich das ähnlich, dass die Linksparteien, um einen rechten Kanzler oder Präsidenten zu verhindern, das Bündnis mit dem Islam suchen und einen Moslem als Kandidaten aufstellen für den Regierungschef, und der dann auch gewählt wird und der dann die Scharia einführt. Das ist das Worst-Case-Szenario. Best-Case-Szenario ist, dass sich in der CDU doch noch die verbliebenen patriotischen oder wenigstens ehrlichen Kräfte zu Wort melden und ein Bündnis mit der AfD machen, zunächst im Osten, das dann auf den Westen übergreift. Mittleres Szenario ist, ich habe das da in der neuen Ausgabe von Kompakt geschrieben, in der September-Ausgabe 2019 habe ich das beschrieben, mittleres Szenario, der Westen ist verloren, der Osten baut eine Mauer. Im Westen entsteht das Kalifat Alemanistan, im Osten entsteht die, wie habe ich es genannt, das Deutsche Demokratische Reich, DDR. Für das mittlere Szenario spricht relativ viel, vor allem die Entwicklung der Geburtenraten. Also der Anteil der Ausländer im Westen ist einfach dramatisch hoch mit, glaube ich, 27 Prozent Migrationshintergrund, fast jeder Dritte. Im Osten 6,9. Und ich sehe auch bei uns, dass auch viele, also gerade in Sachsen auch wieder viele junge Familien rumlaufen, da werden auch noch neue Kinder geboren, also spannend. Ja, ich sehe das auch, ich habe das auch schon in Videos theoretisiert, da kommen dann manche Leute, dann die, also was passieren würde, wenn sich zum Beispiel Sachsen und andere Länder halt abspalten würde, zum Beispiel, wenn man es jetzt richtig politisch festmachen würde, gab es natürlich auch viele Kritik, weil sich dann alle wünschen, nee, wir müssen ganz Deutschland retten, aber es ist natürlich schwierig, wenn jetzt der eine Teil gar nicht mehr rettbar ist, zumindest von der Position aus, an der man steht. Aber wie du sagst, das ist das mittlere Szenario, wir haben auch noch andere, die vielleicht möglich sind. Was würdest du dir als Abschlussfrage, was würdest du dir wünschen? Also jetzt nicht mal wissen schon, in welche Richtung es gehen sollte, du hast ja ein positives Szenario beschrieben, aber ich meine jetzt auch gerade von, was AfD machen sollte, was aber vielleicht der Bürger machen sollte. Manchmal ist es ja auch eine Frage von sich, ein Herz greifen, bestimmte Dinge tun, was wäre da vielleicht noch dein Wunsch? Ich wünsche mir für Deutschland so eine Gelbwestenbewegung wie in Frankreich. Das heißt, dass die Bürger, vor allem die betroffenen Autofahrer, die Arbeiter aus der Automobilindustrie, aus den Kohlekraftwerken, dass die sich verbinden, ohne Partei, parteilos, parteiübergreifend, auf die Straße gehen und so wie die Franzosen ein bisschen Rambazamba machen. Und da kann ich noch mal auf Karl Marx zurückgreifen, dessen kommunistische Utopien ich nicht mehr teile, aber der immerhin ein guter, scharfsinniger Beobachter war, vor allem in ökonomischen Prozessen, der hat mal geschrieben, der Tag der deutschen Befreiung wird verkündet vom Schmettern des gallischen Hahns. Also der französische Virus muss auf Deutschland übergreifen. Interessant. Spannende Schlussgedanken. Jürgen Elsass, ich denke, damit sind wir am Schluss. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank auch für die offenen Antworten auf die Fragen. Auch gerade, ich habe ja ein paar harte Fragen auch gestellt. Ich denke, da dürfen auch einige Kritiker heute mal reinschauen dürfen und sagen können, okay, vielleicht verstehe ich doch mal die Positionen und den Weg, den er genommen hat. Ich denke, auf mich hat es einen sehr offenen Eindruck gemacht. Vielen Dank dafür und ich denke, wir wiederholen das. Vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir haben auch auf dem Kanal von Kompakt dann noch ein Video, was wahrscheinlich auch noch in den nächsten Tagen, Wochen erscheinen wird. Das werden wir dann auch verlinkt, wenn es hier drauf ist. Ansonsten, wie gesagt, auch dort mal vorbeischauen und auch mit abonnieren und ansonsten natürlich auch das Kompakt-Magazin für diejenigen, die in diesen Themen sehr interessiert sind. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik